Hi Leute, hier ist Caro von Flink. Ab sofort wird die Organisation eurer Fahrten noch viel einfacher. Denn bei jeder Fahrtsuche schlagen wir euch nicht nur passende Mitfahrgelegenheiten vor, sondern ihr könnt auch direkt in der App mögliche Bus- und Bahnverbindungen sehen. So könnt ihr den perfekten Weg für euch finden und habt alles im Blick. Hört sich gut an, oder? Dann probiert es doch mal direkt aus. Viel Spaß beim Flinken!